Ja und da haben wir diesmal einen Doppelpack und zwar Emma und Felix. Das ist die kleine Emma, der weiße ist der Felix und die beiden sollen unbedingt zusammen vermittelt werden, weil sie sich sehr aneinander orientieren. Also wir suchen tierliebe Menschen, gerne auch eine Familie, vielleicht schon mit ein bisschen größeren Kindern, die verständlich sind, die die zwei adoptieren möchten. Wie gesagt, zusammen, die können in die Wohnung, die gehen noch gerne spazieren, sind ein Rundum-Wohlfühl-Paket, zwei nette kleine Hunde hier im Tierheim Bröbern, die ein neues Zuhause suchen. Ja.